Warte mal, ich guck mal ob ich dich zu einer Party hinzufügen kann. Wenn denn, das wollte ich nicht. Das auch nicht. NEIN! Mach's weg! Mach's weg! Mach's weg! Ah! Hättest du weg! Ah hier, äh... Wenn du Escape drückst und dann rechts ist ja dieses komische Menü, wo du deine Rüstung reinpackst, dann kannst du in diese Wappen nehmen. Hm. Wenn du das Rote nimmst, bist du immer in eine Party. Tja, das Grün. Gut, dann nimm mal das Grün. NIE! NIE! Ich sollte mal einen Doppelklick drauf machen. Äh, ich hab uns mal zwei Workbenches gemacht. Cool, was können die? Da kannst du jetzt craften. Ich kann eine Fackel machen. Wie geht denn das? Escape. Da muss man in der Nähe sein oder was? Ja. Kommen wir in der Platze? Ich auch. Einen. Ich hab... Ich hab eigentlich schon... Ich plant's ein paar Bäume. Plöp, plöp. Links Klick ist Essen, ne? Ja, rechts Klick ist, äh... Kann ich den setzen. Ey, hab Fackeln gemacht. Hm. Steinzeit! Ah! Huh! 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 Das war ein Pilz. Er hat eine Truhe gefunden. Mann! Okay. Du fängst ja mit Truhe ab. Mach ganz viele. Du bist der nächste. Ohhhhhhh. Mannz. Mannz. Mannz, Mannz, Mannz. Mannz, 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 Mannz... Mannz, Mannz. Ich komm ein wenig später aus. Ja, doch. Ich baue mal hinten nen Slime ab. So. Ich muss aber hier noch... Achso, da geht man automatisch hoch. Da muss man aber ganz genau arbeiten hier. Oh, ich will die... Nein! So. Ja, guck mal, das ist ein blauer. Der ist übrigens noch leichter als der grüne Slime zu besiegen. Den kriegst du ganz easy. Ich dachte mir noch mieser. Nein, nein. Okay, Dolo. Die pinken sind die schlimmsten. Je kleiner, desto stärker. Lauf nicht weg. Ich komm in mir raus. Wir erinnern, eine Grubegräbt fällt selbst hinein. Wie war das? Warm Hole Potion. Oh man, jetzt war ich nicht in der Wagenklauer. Das ist ne Fackel. Ha. Ja. Lul, Herz. Äh, ich will da jetzt nicht runterspringen. Nicht? Näääää. Näääää. Ich hab schon mal gedacht, wie wir doch kommen. Hier ist ne Grubegräbt für dich. Die darfst du aufmachen. Heh heh. Äääh. Nächste krieg. Äääh. Pfeile. High Tank. Recoil Potion. Die ist gut. Mining Potion. Hackeln. Silber. Münze. Und Bumerang. Apropos, ich hab gar nicht gesagt, was in Miner alles drin war. Da waren zwei Warm Hole Potions. Ein Eisenhaut Drunk. Drei Recoil Potions. Das ist ein Bumerang. Interessant. Und 42 Leuchte Stäbe. Ah ja, und noch 81 Robes. Und meine Lieblingswaffe gegen dich. Huh. Manz. Oh ja, die hab ich auch irgendwo her. Aha, dann ist das kaputt gegangen. Wieso? Ist das da unten das, was ich denke? Was ist das? Da sind Truhe! Oh, die ist dir. Die ist mir. Aha! Da unten ist Gold. Moment, ich mach auf. Silbermünzen. Fackeln. Mining Potion. Recoil Potion. Holzpfeile. Eisenbarren. Granate. Was ist das hier oben? Loi. Ich hab Climbing... Klaus. Wie funktioniert das? Loi, der Bumerang ist ja geil. Wie funktionieren die? Ich versteh's nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh. Was ist das? Tut's weh? Kann man das abhauen? Ne. Nein. Kann man's hauen? Nein. Es leuchtet. Was war das für'n Geräusch? Nein, 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 nein. Pack die Pegels aus. Was ist das? Das ist ein Wurm. Ich... da kommt er! Siehst du die? Da unten im Ton dringend? Hey, wo? Oh, jetzt hat er. Wow. Hast du ihn gesehen? Ja. Der ist tödlich. Verschwinde. Hu, ha, hu, ha, hu. Ich hab die Truhe abgebrochen. Bam. Oh, ist hier. Meins. Nee. Nee. Oh, au. Ja, gut. Ich hab keinen Schaden bekommen. Aha. Doch. Puppet. Pilz. Melkir, was schuchst du da? Ich konnte schon nicht gehen. Du, du hast ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Geil. Hier liegen geht der an. Verdammt. Ähm, ja. Tschüss. Wir gehen jetzt weiter. Ich bin der Fackelhalter. Ich bin der Fackelhalter. Cool. Ich hab auch noch 23. Und noch Schleim. Ich bin der Fackelhalter. Ich bin der Fackelhalter. Ich glaube, der will uns. Aber das ist keine Truhe drin. Egal. Gut, man kann es mal weiter. Ich bin der Fackelhalter. Aber wir bräuchten Samt, viel Glas. Komm hier, du Schleim! Meine Peggy ist auch cool! Was auch immer da ist. Okay, da geh ich nicht rein. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Schluck das! Ich hab noch einen Schluck. Jetzt hab ich keine mehr. Ich auch. Geronimo! Ah! Dann sind wir auch keine mehr. Acht. Bam! Ein Womerang, Junge. Das waren meine Dinger. Oh! Ich hab da glaub ich was gefunden. Was? Hallo, wie sitzt du in den Fackeln? Wieso kannst du denn an der Wand setzen und ich nicht? Vielleicht ist hier unten anderes Material, weil das da oben, das sieht ja anders aus. Das hier kannst du nicht abbauen, das weiß ich. Hier kann ich auch nicht hinsetzen. Mhm. Ja, jetzt tut das, als könnte das nicht. So, ich probier mal das Eisen ab. Weil das kann. Ähm, ich würde übrigens nicht auf diese komischen Dinger in dem Wasser treten. Hm. Glaube ich. Und ich würde auch nicht an... Ich weiß nicht, was ist das denn? Tut das weh? Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ist das hier was? Hier läuft Wasser ab. Oh lol, hier ist ne Quelle. Ich weiß gar nicht, was es hier was gibt. Du willst da oben das Eisen haben, ne? Nee. Probier's doch noch einmal. Ähm. Warte, ich bin mal hier. Warte, ich bin mal hier. Warte, ich bin mal hier. Ich bin jetzt eigentlich komplett Banane. Wieso kann ich hier die Dinger nicht mehr hinsetzen? Äh. Ich will hier nur Blöcke setzen. Wieso kann ich hier keine Blöcke setzen? Ja, das, das freu ich mich nämlich auch grad. Äh. So. So. Jetzt ist mein Idiot. Jetzt muss ich... Aber ich glaub ich hab das Ding zurück. Oh, ich kam hoch. Ja, das wollte ich mich eigentlich erreichen. Oh, wir haben Nacht. Und woran merkt der schlaue Lukas das? Äh. Das war ein bisschen. Oh, er hatte grad ein Leck. Überlass ich doch mal dir. Ich hab was da gemacht. Oh, ich hab's mal hier. Eine schie-endlose Quelle. Das ist ne Qualle. Oh, das ist ne Augen. Hier. Die sind lustig, die fliegen. Oh, geil. Okay, Romantikon! Spinnennetz! Ja, da oben ist Eisen, da geh ich jetzt mal nicht dran. Ja? Nö. Sie kommen hier nicht mit Killstealing. Oh, 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 oh! Hm! Ich seh nix mehr! Nein, Enter war's nicht. Ah, man sparrt einfach so wieder. Ja, ne? Guck mal, so sind wir doch schon wieder hochgekommen. Jetzt müssen wir noch ein Haus bauen. Jetzt müssen wir noch ein Haus bauen. Oh, du kannst die Fackel setzen. Top. Äh... Äh... Juh... Guck mal, hab nen Ofen gemacht. Ach ja, übrigens, mit Rechtsklick kannst du das Craften beschleunigen. Äh... Dörf ich hier nicht mal in Ruhe Craften? Ach, das ist ein Baum. Deshalb geht nicht. Jo, ist gut, die können halt 20 Blöcke hochspringen. Hör... 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 Oh... Mein Gott. Dörf ich mir jetzt bitte mal... Danke. Jolo! Ich geh da jetzt rein! Hör... 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 Wieso macht der Schaden und ich nicht? Пос שמ�ch ist, k therefore? Hör... Hör... Was für so ne Tür? Wieso keine machen? Kannst du machen, ich hab keine. wohl sind ja immer Tür , da ist ne Tür. Komm doch! Komm doch! Ah! Ejo, ich hab mir Tür genommen Ja, ganz toll. Der könnte nämlich die Türen kaputt machen Ja, ist gut Der ist ja überhaupt nicht übel, der hier Ah! Äh, wo ist mein Sprung? Ist mein Sprung ist da Endlich! Nach 20 Minuten, ciao! Ja, ich hab eine Linse Wie setzt man diese Dinger hinten? Hinten? Rechtsklick Aber ich glaube, du musst erstmal Wolzen machen Und dann sitzt das wie normale Blöcke Sollte das anders nicht gehen Ich komm grad absolut gar nicht auf die Tastenklasse Jetzt hier, machen wir mal die Tür zu Dreckwand Dreckwand Ah, Holzwand Wie kann man so gedrückt halten? Rechtsklicken, dann kannst du so viele wie du herstellen kannst herstellen Rechtsklick Ähm Wie viel Eisen haben wir denn noch? Wie viel Eisen hast du denn für Barren? Ähm Wie viel Eisen hast du denn für Barren? Ähm Ich hab 6 Eisenherz Ja, guck mal ob du damit Eisenbarren herstellen kannst Ja, wie viel Weil dann würd ich für jeden von uns eine Eisenpickaxe machen Ähm Ich bin mir hier mal grad zur Wand hinter Ja Was ich gut genug Ähm Ähm Eisenherz Wo haben wir das denn? Da Eisenbarren Hey Dylan 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 Hol dir mal die Pickaxe Mit rechts kannst du mir überschmeißen Yes Jetzt kriegst du eine Eisenpickaxe of Doom Nehm ich die halt nochmal Nehm ich die halt nochmal So, ne Ist ja schön jetzt Ich hab ne Linse LOL Die brauchst du, wenn du Magier werden willst Die geben Mana Tschö Roni Mom Ähm Hallo Tür Achso Komm wieder rein Junge Mach zu Junge Ah Ja zu Ist das Achso Das meint der mit zu Ähm Ich hab übrigens hier so ein Da Wollt ich gar nicht aufmachen Ähm Was kann man damit so machen? Nichts interessant Was kann ich? 25 Steine Und Hab ich Steine? Ja Paar Fürholz Was kann ich mal nach so ein paar Ähm Ähm Rope Ja Ja Ach komm Kommen die durch eine große Öffnung nach Koffer runtergefallen? Ich glaub nicht Ich glaub nicht Ich stütze mich da jetzt aber auf nix Ich kann aber auch meinen Boomerang nicht durchwerfen Ähm Hä Oh Achso Okay Jetzt versteh ich das Prinzip hier Ich glaub gar nicht Äh Äh Jetzt war's doch wieder falsch Du hast auch so ein Ding gelangen Ja Nee das ist ein Holzklappen Okay Das stimmt alles Das ist weiß Was zum? Jetzt hat der eine Stern den anderen Stern zerstört Mua Glaub ich Ich geh mal nachschauen Alter Nein WTF Ach das waren die Augen Yay Ich hab äh Nerungen geschafft Ich hab die erste Nacht überstanden Jungens Abstand waren Klick, 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 klick Alter Wag dich wag dich Übrigens ich komm nicht mehr hoch Ehehe Warte, da komm ich gleich hoch Siehst du? Oh das kreuz Kannst aber uns ein Grabstein Schitt sich grad drauf Jaa Zuspernation Ich hab ihn Oh, diese Vogelgereiche Oh, halt das Maulvogel Es kommt wieder Kommentar zu... Du gehst in die Richtung Gut, dann geh ich in die Richtung Jo, geil, hab'n Schleim gefunden Falschenes Ähm... Okay Es ist übrigens wieder sehr gehaltsvoll, was wir hier labern Ja, ich bin hier nämlich sehr genau konzentriert Oh, der Herr ist konzentriert Der Herr ist konzentriert, so, so Und was bin ich dann? Alter, ja, aber ich hab die Seile gesetzt, Junge Seile Schöner, du kannst jetzt hoch und runter klettern Ja Volls Hyperskillpro, ich bin voll stolz auf euch Ja je je Na ja Ey, sogar voll realistisch Die Fackeln brennen nicht unter... äh, unter Wasser So wie bei Minecraft Jetzt vergleiche ich das Spiel nicht mit anderen Spielen Wieso legt hier ein Shuriken Wieso legt hier ein Shuriken? Weil... ich's kann Das sind Sonnenblumen Weil ich's kann Ja Merkt ihr meine Worte? Kann man nicht irgendwie automatisch die Fackel halten? Nein, hier ist nicht Links-Rechts-Hand Der ist eigentlich dran mit der nächsten Kiste Ähm... Sollte ich jetzt mal eine finden oder so Ich hab mein Boomerang gefunden Ja, danach hab ich auch, glaub ich, ne Kiste gefunden Wo du sagst, sie ist mir Ich glaub, dann bist du dran, ne? Ja... äh... Gut... Lol, ein Wüstenblubbel Ah, Alter, macht der Schaden Pfff Ja, jetzt kommen sie von beiden Seiten Oh ja, jetzt sind sie zu dritt Ha, ohne mich Ausgedricks, ich... Kontersprung Oh nö Nö, nicht mit mir Au Ja, ist gut Alter, was willst du von mir, du Scheißschleim? So Nummer 1 weggebloppt Der andere kommt dann halt hoch GG Ähm... Holy Shit, was ist das denn? Ich hab grad nen Kaktus abgeschossen Die Ente Äh... äh... Ich hab irgendwie so ein mieses Gefühl bei dieser Sache hier Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Alter, die Geräusche sind einfach nur nicht schlecht. Hier schnallt's. Geil. Ich wünsch, ich könnte mich jetzt drüber freuen. Oh, direkt andere Musik. Ja, das ist bio-abhängig. Ich wünsch, ich könnte mich jetzt noch drüber freuen. Was für die... Alter! Das sieht so... Was das denn? Jetzt übertreiben wir's hier aber. Hier kommst du nicht durch. Oh doch. Nicht, wenn ich hier bin. Ah! Okay. Wir müssen zurückweichen, zurückfallen. Ah! Sein Dickschädel ist zu groß. Ich glaub, es geht los. So, machen wir jetzt mal weiter. Oh, hier ist ne Kiste. Gut, dann bist du hier dran. Äh... Schnürsenkelkappe. Der GG. Äh... Wo setz ich die denn hin? Nein. Äh, ist das egal in Equipment, Housing und Camera Mode? Ist das egal, ob ich in Equipment oder Housing... Ja, Equipment ist, ähm, dass es ausgerüstet wird. Und du auch den Wert kriegst, glaub ich. Und der Rest ist, äh, Deko. Ah, schön. Äh... Granate. Ja, hab ich auch 5. Iiiiih... Jetzt kommt das Ding, was ich eigentlich nicht sehen wollte. Woher mal das herkommt? Loil. Joa, ist gut, wir verhäten, Deko. Alter. Jetzt werden wir unverschämt. Der hat... Iiiiih... Ist das hier eigentlich schon verwundbar? Äh... Ja, genau. Äh... Toll. Ein Skarabellos, ne komische Libelle, die komische Geräusche macht. Ich mag diese Seite hier nicht, ich will ne andere Seite. Ich komm dir jetzt entgegen. Ich hab Geld verloren. Du hast übrigens die Haustür offen stehen lassen. Joa, lass es halt gehen. Da ist Eisen. Ich hab Geld. 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 Kann ich schon mal erwähnen, dass es ziemlich dämlich ist, ein Loch zu buddeln, in dem Wasser ist, aus dem man nicht mehr rauskommt? Sag mal, wie kamst du da bitte hoch? In diesem Seil? Ja, wie? Ich bin da hochgesprungen. Hey, ich komm doch nicht mal hin! Hä? Willst du mich denn verarschen? Du mich lachst da aus, dass ich... dass ich hier... Pfff, tsch... Muss ich das irgendwie greifen, oder wat? Nee, nee, das geht eigentlich automatisch. Nein, geht's nicht. Ja lo... Du musst W drücken, damit er das greift. What? Bist du durch die Höhle? Ja, du bist glaub ich durch die Höhle. Alles bei deinem Weg. Und jetzt doch mal Fackeln, Junge. Ich setze Fackeln, aber ich hab halt nicht so viele, ne? Dann mach dir welche. Nö. Du hast doch irgendwie ein Bottich übersehen. Aber das ignorier ich jetzt einfach mal. Ja. Da ist Eisen. Ich brauch hier nochmal Holz, dann kann ich auch sie gerade machen. Ja. 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 Das mit dem Aimen müssen wir auch noch ein bisschen üben. Was? Hm. Ja. Ich... 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 Ich rede mit mir selber. Warte... ... ... ... ... Oh, das ist nicht schon neu gemacht. Komische Schneemusik. Links von unserer Base ist eine Wüste, da ist ein Loch, da kramm ich auch nicht durch. Hier ist wieder ein normales Biom. Ja, das alt sind 400 Blöcken. Oder Füßen. Oder wen interessiert. Da krabbelt sich einer verschiedene Sachen einfach aus dem Erdreich ab. Da hat's plöpp gemacht. Äh. Genau, das wollte ich machen. So. Hier ist auch eine Wüste, Junge. Loll. Nicht so Loll. Äh. Da ist noch ein Eisslime. Hab ich recht? Ja. Ja. Ich bin gut. Hm. Hm. Die Wüste ist nicht so schön wie meine. So. So, dann probieren wir doch mal diese supergeilen Dinger aus. Wahrscheinlich hab ich's falsch gemacht. Wahrscheinlich hab ich's falsch gemacht. Gut, das geht auch ohne, das ist mir jetzt aber egal. Oh nö, ich bin am Ende der Welt. Was? Bis ans Ende der Welt und noch viel weiter. Schon mal den Boss. Ja. Da ist ein Pinguin. Jetzt ist es dunkel. Bis hier einfach nur Eisslime, wenn's regnet. Ich hab gehört, hier gibt's öfters mal Du und O. Ah, ja, ja. Und was? Äh. Nennen wir es so, es war einer der Wächter, die verhindern, dass du da reinkommst, bevor du den Gegner getötet hast. Däh. Unter dem Boss. Und, äh, ich bin da reingegangen und dachte mir... Ich könnte noch ne Kiste abkrabbeln. Da ist ein Eichhörnchen. Hast du Tollwut? Hast du nicht. Totes Eichhörnchen. So, ich mach natürlich jetzt eine Schlauswahl, die du überhaupt machen kannst. Ich such nochmal unsere Mine. Ne? Und dann buddel ihn mit da runter. Ah, da ist die Wüste. Du, gehst jetzt auch mal gucken. Viel Spaß. Ach, komm, schau auf die Slime. Ist das denn diese komischen Altare wahrscheinlich? Ah, hier hinten fehlt die Wand, deshalb kann man hier nicht dran bauen. Haha. Ist gecheckt. Lul. Ich muss ja gleich um an die Decke. Oder lass mal das hier mal. Bäm. Oh, ja hier ist ein Bus. So, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ich brauch Blöcke. Wie benutze ich die Dinge im Inventar? Wie Dinge im Inventar? Oh, jetzt hab ich's weggeschmissen. Nein! Ich hab übrigens ne Kiste gefunden. Ich hab ne Recoil Porsche. Oh Gott. Na man, ich wollt ne Recoil Porsche benutzen. Die dauert, glaub ich, aber auch ein bisschen, bis die einsetzt. Ne, die benutze ich nicht sofort. Oh Gott, hab ja noch mehr dazu zu benutzen. Muss ich ernsthaft diese Holzblöcke mit... Diese Logikgänze. Verbrauchbar Teleport to home. Siebzehn Bomben. Wolke in einer Flasche. Präzise. Ausrüstbar... Berecht. Oh, geil. Was? Wo hast du's gefunden? Ich hab Doppelsprung gefunden. Wo? In der Kiste. Und die war mir. Ja, aber wo? In der Mine, wo wir vorhin gestorben sind. Aber das war der Lunde. Ja. Die Grabscheine hab ich noch stehen lassen. Die Stauchtur nehm ich auch mit. Keine Ahnung wie genau das funktioniert, aber... Joa, ist gut. Ähm... Okay. Was ist denn das denn? Loll, kommt der wieder so rum? Nein, was ist denn... Ey, komm hier nicht durch, unten ist so ein Herzkenntnis, den kannst du dir mal holen. Warum komm ich hier nicht durch? Also, man sollte natürlich auch die richtigen Tasten benutzen. Gut, du kannst natürlich erstmal das abbauen. Ich hab nämlich den Herzkenntnis, der da schon, den hab ich mir schon geholt. Ich könnte den hier unten aber auch holen und kann ihn dir geben. Äh... Jetzt werd ich ihn halt noch nicht verwenden. Loll, ich bin jetzt... Oh, lol, ich hab meinen auch noch nicht verwendet. Äh, Achtung, bleibt man da stehen und so... Pfff... Ah, nein! Äh, danke! Äh... Ah, links, links... Äh, du musst doch aufs Wasser achten, da gibt's auch Chests. Ich hab ne Wort am Chests. Junge! Hier ist Eise... Also, ich hab die bezahlt, dann darf ich auch ein Rechter drauf mit ihr zu fahren. Ja, hab ich ja versucht. Ja, hab ich ja versucht. Dann fahre ich mal noch auf die Stadt abholen. Mal früh. Ach so, äh... Geht weiter. Ja, klar, gilt jetzt weiter. Hm? Ja. Geht aber bis 9 da steht drauf. Na gut, aber das dürfte trotzdem passen. Du hast ne Kiste schon aufgemacht, oder? Ja, du bist drauf. Ich hab hier so nen Raum gefunden. Ah, das ist ja kom zu lieb. Brauchst du nen Schlüssel für? Nee. Hermes Stiefel. Ich weiß, ich hab immer Glück. Komm mal hier, komm mal hier hin. Äh, die musst du unten bei diese komische Dinger anziehen. Recall Potion Klamotationsstank. Zerstörung der Schwerkraft. Oh, halt an. Domino-Pfeil. Kannst du das auch? Ey. Der kann aufm Wasser laufen. Wie kriegst du die Tür ab? Ich hab nicht gedacht, dass das funktioniert. Ganz ehrlich? Ich auch nicht. Ich hab gedacht, das ist wie Minecraft. Ist der um Luft? Ja. Also, ich könnte sogar aufm Wasser laufen. Loy, das ist ein Minecraft-Schiene. Loy. Alter. Ich krieg hier lauter Schaden. Wenn da ein Slime ist. Na gut. Au. Plim, 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 plim. Jo, du bist fast tot. Ja. Ich hasse es nämlich. Ich will nämlich kämpfen UND was sehen. Und nicht entweder oder. Dann kommst du nochmal hier hin und ich äh... Der vor Zito Party-Member. Klick der Head on the Fullscreen-Map. Hier das. Tab. Ich geh jetzt hier mal so die Strecke lang. Vielleicht ist hier irgendwas. Was ist die Fullscreen-Map? Ah lol, die fängt hier oben schon an. Wo ist die Fullscreen-Map? Die Fullscreen-Map? Die ist ähm... Genau. Ich dachte grad, willst du von mir? Ich geh jetzt... Ja, ist klar. Nutze dir seine OP-Rechte aus. Ey, ich hab mich... Ich hab nicht gecheatet. Ich hab ne Warm-Hour-Potion gehabt. Aaaaah! Aaaaaah! Stopp! Aaah! Da unten tut was weh! Das ist ein Piranha. Ähm, warte mal. Ich leuchte mal kurz aus. Ich lass mal kurz das Wasser ab. So, ich komm nochmal hoch. Ist ja nicht cool. Man, ich will echt... Dann sitzt da welches. Ich glaub ich hab noch healpushen, sonst verwende sie einfach nie. Ja, ich auch. Mann! Mann! Alter, schon wieder. Nein, ich will nicht sterben. Was ist das denn? Oh, toll! Was ist das für ein komisches Film, was da jetzt angekommt? Alter, ich hasse es. Alter! Gibt's nicht so was wie Nachtsicht oder so? Ich glaub so ein Item gibt's auch. Bin ich mir aber nicht sicher, deshalb... Ich lehm mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Die lass ich auch gerne mal zu mir porten. Ich hab wirklich... Ich kann das aber gucken... Ich hab keinen... Äh, Potion. Keine Potion. Oh, toll! Toll, jetzt hab ich ne Fackel ausgeschossen. Oh, das war dein Grafstein. Ich hab einfach mal ein Heal Potion benutzt. Und kannst dann keine weitere verwenden... Äh, benutzen oder wie war das? Ja... Nur weil ich die im Inventar hatte und alles aus dem Nichts gekriegt hab. Ähm... Jetzt wird mich verarscht. Nein, ich werde nicht sterben. Doch, werde ich. Ja gut. Aber ich wollte Minenschaft ausleuchten. Ähm... Gut, dann gehen wir jetzt mal... Äh, ein bisschen weiter. Aber nicht ohne vorher immer ein bisschen Deku zu machen. Gibt es etwas, was ich tun kann? Hilfe. 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 Ja, verzieh dich, du kleiner Schleim. Jetzt kommt er wieder. Ich will ne Krankenschwester. Ja, das ist cool. So, ich geh mal weiter. Kommst dir jetzt sehr schlau vor, wa? Das macht das automatisch. Dafür kann ich über Wasser gehen. Was ist denn das Lila hier hinten in der Wand? Ich weiß nicht was. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab noch Dräze. Mach da doch ein Naue. Ich mach mir auch Neue. Ich mach mir auch Neue. Ich mach mir auch Neue. 99 Stück dürften lang. Wie hab ich mit Doppelstrung nicht gemacht. Hier, da liegt nochmal ne Pfeile. Ja, lauf ruhig weiter. Hier wird das richtig interessant. Der Fack. Ist das ein Salak? Zu ähnlich. Gott, ich geh immer nochmal. Junge, ich mach dir viel kein Schaden. Yeah. Ja. Lol. Sniper Bro. Ich stecke jetzt mit Shulikens ein. Und ich steck das Gold ein. Du nimmst das Gold an. Sniper Bro. Den treff ich auch. Oh. Tja. So. Gut, jetzt gehen wir da rüber. Ähm. Was. Zum. Fake. Gott, du weißt ich wie du da jetzt rüber kommen willst. Aber ich bin ja jetzt rüber. Wieso bist du da rüber gekommen? Tja, weil es kann. Schon vergessen? Ich hab die Wolke. Im Glas. Na gut, ich bin dann mal tot. Das ist schön. Ich auch gleich. Weil ich diesen scheiß Schleim mich getötet krieg. Das ist eine Heal-Pole. Ein schwacher Halt. Nehmen wir doch den einfach mal. Geronimo. Jetzt hab ich so scheiß Geier hinter mir her. Alter was ist das da? Was ist das da? Was ist das da? Lass mich wenigstens diesen Baum noch erkunden. Oh scheiße. Wird mir zum Arsch. WTF? Alter ich hab sie verlebt. Ich hab das Gefühl, ich komm da nicht rein. Lol, hier bleib ich stehen. Hier regnet's Gold. Was ist dat denn? Hab ne Truhe gefunden, darf ich die haben? Was ist denn da? Nein, das hab ich noch gebaert. Okay. Eine Living Root Ronnt ist dort drin da in einem Leaf. Eine Leaf band. Verbraucht Holz. War heute Fall ist das. Silbermünzen Recall Potion, kannst du alles haben. Hab nichts rausgenommen aber die Tür nehme ich bei diesem Gerüst. Bist ja fast bei mir. Ist hier irgendwas in dieser Höhle? Nein, nix, gar nix. Gehen wir noch ein bisschen tiefer. Oh. Wieso habe ich das Gefühl, dass mich da unten irgendwas böses erwartet? Äh, das Auge Sauron ist da unten in der Wand. Ich komme hier erstmal nicht über diese komische... ...schluck da drüber. Mit Erde zubauen? Ich arbeite dran. Du kannst ja laufen als ich, ich kann weiter springen. Du bist doch komplett fair. Äh, ich baue mal mit Holz weiter. Hab nicht genug Dreck. Gut, dann darf ich die Kiste hier unten aber haben. Warte mal bis ich bei dir bin. So, du bist da, wie kommst du da hin? Da ist man... Und dann gehts irgendwo rechts rein und da ist die Truhe für dich. Gut, dann behalte ich die hier. Ah. Cool. Liefer und verbraucht Holz. Orte verlässt. Ich hab keine Ahnung. Äh, ich nehm den mal... Da hin. Hier. Iiiiih, für meinen es hat irgendwas drauf gelebt. Ok. Also es verbraucht Holz und setzt dafür Blätter. Und wie hat er das mit dem Orte verlässt? Keine Ahnung Gut, siehst du das Auge Saurons? LOL Das ist irgendein Orb, ich würde ihn mal noch da lassen, aber merken, dass er da ist LOL, was ist das da? Siehst du das da unten? Ähm Ich spring mal rein, ja? Ich baue es mal ab Hat nichts, nichts passiert Nichts getroppt, gar nichts? Ich glaube irgendwo da unten ist der Eingang in diesen komischen Baum Haben wir es gefunden? Ähm Ich glaube das war so eine Art Neste oder so, aber kam nichts raus Boah, das hört sich schon wieder so... geilo Hey, wieso komme ich hier jetzt wieder nicht runter? Weil du noch so ein paar Eisenblöcken stehst Hier ist ein Scheibwerk, glaube ich Was ist das? Rote Toastblatt Ja Ja Die Truhe ist für dich Lol, du hast so'n... ja, magischer Spiegel, mit dem man sich backporten kann Ja Der dauert aber, bis er wirkt Boah doch die Truhe ab Achso Da ist noch was drin Ne, wieso dauert er so lange Komisch Einmal Inventars voll, ne? Wollte schon mal so was gesagt haben Ja, ist gut! Ja, und ich hänge natürlich mit Spinnen fest Was ist denn für ein riesen Mongoschwert? Das ist ein Kaktusschwert Das ist ein Kaktusschwert Das ist ein Kaktusschwert Kannst du ja auch mal gleich eins machen Ja, mache ich auch Gib mir Deckung Alter, die Dinger sind übel Ja, weiß ich Oder Schneewelle Warte, ich mache mein Kaktusschwert Wie mache ich mein Kaktusschwert? Kaktuslampe 0 9 1 2 Jo, ist gut! Ist gut! Ist gut! Hat er noch ein bisschen mehr Leben als gedacht Ich hab da was gefunden, was ich nicht finden wollte. Müssen. Ja, guck's dir doch an. Hast du ein Schnepeln? Ich dachte, das ist ernst. Jetzt sind wir gleich am Arsch. Bow spamming. Ist nicht. Ich hab ne bessere Idee. Ich hab auch grad ne Idee. Tschüss, tschüss. LOL. Boots, Junge. Mann, wo sind die denn? Ich find die. Zwei Idioten, die einfach im Kreis rumspringen. Dieser Vision Ausrüst. Ja gut, Chandelier. Nehm ich. Rote Toothplatte. Oh. Wo sind meine Granaten? Ich find die nicht mehr. Ah, da. Bam. Okay, ich hab den Wurm gekillt. Nicht diesen komischen. Dieses springende Etwas. Ich erledige es mit Schneebellen. Gut. Tu ich's. Und ich benutze... Ja, läuft. Hab ich. Alter, ich benutze es mit Makro. Geht das? Nein. Nein. Boots. Das sind On-Impact-Granaten, Junge. Wenn die auf'n... ...monster treffen, dann ist es tot. Nein. Nein, nein, mhm. Kannst du gerne machen. Gut, ich versuch's mal. Ag. Au. Ja, ich versuch's noch so'n bisschen besser zu treffen. Junge, lass mich dir mal kurz da helfen. Die fliegen glaub' gleich. Oh! Ah! Lol, das ist noch ne Truhe. Ja. Den schnapp' ich mir jetzt. Ameisenlöwenkäfer, was zum Geh... Bam! Living Wood. Schwilze, schwilze. Kupfer kurz schwilze. Boots! Hab' ihn weggefunden. Warte, ich messe Granaten runter. Ich kann's halt. Der auch. Wer ist jetzt dran? Ich glaub' du bist dran, oder? Ich hatte da oben nie. Ne, du hattest die letztes. Jetzt bin ich dran. Ähm... Okay. Alter, die Truhe ist ja immer richtig Porno. Achso, das geht nicht, wenn du drin bist. Ähm... Das brauch' ich nicht. Die brauch' ich nicht. Die brauch' ich nicht. Domino-Pfeile. Ja, schmeiß' mir die ganzen Kräfte herüber. Wieso, ich kann ja mal kurz das hier machen. Was hab' ich gerade eben gefunden? Was ist das denn? So. Leuchtig willst du welche haben. Bootschießdrank. Wenn du Leuchtig haben willst, ich kann dir welche geben. Ich hab' davon genug. Ja, kannst du alles. Guck' mal rein, die Küste ist noch was drin. Äh... Kaktusheiltrank. Nachtölentrank. Hör die Nachtisch. Ja! Weißt du, was ich gefunden hab? Das da. Den Babo-Boomerang. Aber das ist der Babo-Boomerang auf Babo-Nass. Äh, was lass' ich denn hier? Ich bin Netzebrau. Brauch' wir eventuell noch. Ja, ähm, pack dir mal die Truhe. Dann nehm' ich mal kurz... Guck' ich mal, was die so alles noch transportieren kommen. Wir sterben gleich eh wieder. Junge, ist nicht dein Ernst, oder? Cover me. Äh, okay. Spinnenweben hab' ich noch ein paar. Da kannst du's mir eigentlich welche geben. Ich hab's in die Truhe getan. Dann hab' ich dich glaub' ich noch aufgesammelt. Zene Hat der genau auch so ne geile Reichweite. Der leuchtet. Der leuchtet. Ja der leuchtet. Der ist viel cooler. LOL Hat der auch so ne bombastische Reichweite. Oh, ähm Hilf mir Ja, mach es, ich versuch's Ich mach dem 7 Schaden Digger Lol, ich hab so einen Kiefer von dem bekommen Alter Ich hab das Gefühl, wir sollten hier eigentlich noch gar nicht sein Hast du Recall Potions? Äh, jaaaaaa 14 Stück Gut Oh, das Ding wirft die Dinger Warte Was wirft welche Dinger? Ah, warte Ihr's nicht schön So viel zum Thema hier, sicher Schnee Bälle! Schnee Bälle! Nein! Hörst du es kommen? Das Grauen! Ich will nach links oben gehen! Ja, hätte ich mal gesagt, oder? Aber zuerst würde ich dann doch gerne mal... Ich krieg's einfach nicht hin. Komm! Alter, diese Needle... Scheiß Wilma Ähm, pass auf, da kommt sowas Komma Alter Hotel rein Alter Ich hab das gehört, okay Au, jetzt haben wir ein Problem Alter, einleben Jo, weißt du Oh mein Grabstein Wieso? Das Münzen, ich lauf hier nämlich nicht mehr zurück Gut, äh Weißt du, ich brauch diesen komischen Spiegel da gar nicht, der stirbt nur eh die ganze Zeit So, ich mach das jetzt anders, ich nehm jetzt die hier Hi Da so'n Dings für dich Ich baue mal ein Lagerraum, ne? Da hab ich Holz Jo Wie wird da das? Das wird witzig, diese Aufnahmen jetzt hier irgendwie zu teilen In irgendwas Witzig Witzig, das ist ja die Tatsache, wieso hab ich hier... Ach, scheiß Hilfe! 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 Ja, ne! Arsch! Ich mach's folgendermachen Boomerang of Doom Gern geschehen Gernsthaft, was ist dein Ernst? Hast du die Tür aufgelassen? Ach! Hach! 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 Kann man da jetzt ohne Seil? Hach! 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 Hi! Eurernsthaft, der hat schon wieder vergessen, wir zuzumachen! Ich hab' übrigens.. Was meinst du, mir zu machen? Wenn ich zu machen meine, meine ich zu machen. Hier kommen mal die ganzen Tränke rein. Ja, wollte ich grad sagen.. Ich hab immer nur Tränke trug Boah, wieso kann ich das zweite an der Gäste? Ich esse jetzt Butter Cakes Ich melde jetzt mal alles an Ärzten durch Warte, ja vor allem am Ambus mach ich das Hm, hm, hm Bilder Potion Hier ist ein Bogenschießdrang für dich Dann nimm du dir mal lieber, du kriegst doch mal einen Bogen und die Pfeile Nee Willst du einen Wutten Jojo? Nee, das macht genau so viel Schaden wie eine Holzbombe, oder? Aber ich hab ja einen verzauberter Boomerang Wer das hier macht, neun Nahkampfschaden, was macht denn? Halt die Klappe Willst du ein Eisenbreitschwert haben? Ne, wie viel Schaden macht das? Zehn Na, der Klappschwert macht auch schon zehn Klappschwert macht neun Meins macht zehn Meins macht neun Meins macht neun Wir machen meins zehn So, das hier brauchen wir irgendwie viel spezielles Crafting Wir machen mal hier unten den Erzkram rein Gut Kochtopf kann platziert werden, toll Toilette Toilette Kann Ich wollte grad eben sagen Benutzt werden, aber kann nur platziert werden Oooooooohhhhhh Oooooohhhhhh Oooooohhhhhh Ja hier, ich hab was für dich Was ist das denn? Also, die ist irgendwie schlechter Was ist ne Pickaxe? Ja, Eisenspitzer gemacht, sechs Nahkampfschaden, die macht sechs Zehnkrankschaden, die macht zehn Es geht nicht um den Schaden, es geht darum die Spitzhackenkraft Die ist sehr schnell, die ist sehr schnell Ja, es geht um die Spitzhackenkraft Ja, die hat 45% Ja Aber die eine hat 20% Schaden und 10% Sanko Meiner hat sechs Nahkampfschaden, sechs kritische Trefferschung, sehr schnell, sehr schwacher Rückstoß, 55% Spitzhackenkraft, kann Meteoriten abhauen, 15% Tempo und nur 10% Rückstoß Ähhhhh Du hast unten die Erze reingepackt, sagst du Klöp 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 Du kannst es sich ja rein theoretisch an den Ofen stellen und Erze durchschmelzen Ahhhh Ahhhh Doch Okay, hab ich noch irgendwas? Ich hab noch Nuggets, ich hab noch ein Eisen-Nugget, ich hab noch zwei davon und zwei davon. Easy. Mein Freund. Ich könnte ja auch mal alle Potions aussortieren, die ich hab. Was kann man denn damit machen? Kann das was? Ich weiß nicht, was das da oben kann. Hehehe, One-Hit. Boots. Ich kann ihn nicht durch die Wand kaputt haben. Was ist das da? Für Special Crafting- Uuuuhhhhhh. Kurs, ich will- Oh. Erhöhter Leifrack. Hier kann ich Glas machen. Ich hab Glas gemacht. Uuuuhhhhhh. Meins, 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 meins. Ich spiel ein bisschen Piano. Ich hör nichts. Cool, da kann man draufstehen. Wie funktioniert das? Genau. Das kann man nicht. Ich weiß, was ich haben will. Zutritt verboten, während ich hier arbeite. Hey! Kann ich das vielleicht schon? Nein, ich brauche noch diesen geeigneten Tisch dafür. Aber wie kriegt man diesen Tisch? Ich weiß es nicht. Ich guck jetzt aber auch nicht nach. So. So. Bubsche. Bubsche und... Bubsche. Dafür kommt der Bubsche nochmal weg. Kennst du, kennst du? Ja. Schönen, schönen. Du hast noch Holz, denk ich mal. Dann kannst du das jetzt mal vollenden. Toll, wie kommen wir jetzt in das Haus? In das Haus? Easy. Keine Sorge. Keine Sorge. Ich kann Tür. Ich kann Tür. So. Ja, GG. Oh, sorry, Kaninchen. Du hattest sie einfach alles. Guck mal, das läuft ja von selbst rein. Tut er doch so schwer, dass ich dabei für das Kaninchen entschuldige. Oder bei dem Kaninchen, mein Gott. Müde. Was ist das? Was ist das überhaupt? Es gibt Statuen, die kannst du, wenn du sie mit dem komischen Zeug powerst. Oder produzieren die irgendwelche Sachen. Klingt komisch. Das ist der Wasser. Du bist das immer. Du kannst doch zya Zaun sein... Du hast keine Sorge. Du kannst einen Nutzen sketchen. Du hältst das hier dann zu Ram, du kannst doch nichtную. Ist das ein Grund, dass hier noch steht? Ja, ich hab einen zweiten von oben angefangen Also nur was von Ökologie gehört, oder? Ich will es auch mal mit ihr benutzen Ach so, ich hab ja auch keine Ja, ich hab ja auch keine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche Holz Der kriegt von mir extra große Holzwände Hey, Glasfenster da rein Jetzt brauche ich nur noch Holz Ich kann ja Wände jetzt bauen Ich hab kein Holz mehr Ich hab kein Holz mehr Ich will Holz Mach da oben Wände hin, los Ich hab keine Holz mehr Ich hab keine Holz mehr Achso, die Tür sitzt da Und ne Lichtquelle Ja Interessant Oh Ja, du kannst hintergründen, anscheinend wie er satzt sein lässt Oh Oh, jetzt hab ich den Stuhl weggeräumt Da kann ich ihn drehen Ich bin mal in die Blickrichtung Oder gegengesetz der Blickrichtung glaube ich Übrigens Du kannst Wände nur dann abreißen Wenn du Äh, einen Hammerbiss zu tun tust Sooo Mein Freund Kann ich ihn jetzt mal einziehen? Wenn du 5. Silberminten hast? Äh, äh, nicht ganz Wie war das mit dem Haus? Wie war das mit dem Haus? Wie viel hast du? Ich hab 1,70 Bitte mach Was? Hä? Also ich kann den Villager, den wir haben Unten einziehen lassen Und rechts Wo du stehst Und ich steh Aber links, ne? Guck ich mich später nochmal an Hm Vielleicht müssen wir mehr nach rechts Also, dass da auch Boden Platz ist und so Ich weiß es nicht Ich krieg auch weh Ja, ist gut Jetzt mach die Ja, halt die Klappe Denkst du Könntest du jetzt ja einfach anders kaputt machen Na? Sternkartoffel Wieso kann ich hier die Fackel nicht da oben an den Druck setzen? Könntest du bitte vielleicht mal dafür säuren Dass du den Klappe die Tür ganz lässt Ja Danke Okay So, und dann beende ich einfach jetzt mal hier diese erste Sehr, äh Komische Folge Terraria Yay Ich lass sie in einem Stück Wird sich eh keiner bis zum Ende angucken Aber das ist mir egal Denn Wer hämmert denn hier wieder? Ja, das ist unser super Dorftrottel, der ähm Der ist Der Lün oder so Der Lün Hey, gibts Bumang an den Kopf Ja, du auch und du schön hinterher Der Lün Der Lün, guck mal her Da wird's Granate im Gesicht Denn wer da weiß, Granate im Gesicht Tut sehr gut Guck mal, der Lün kommt Hehehe, hab 68 Kupfer bekommen Achso, ich wollte dir aber noch eins zeigen Moment Moment Das wird dieser Mine bestimmt sehr gut stemmen Hei Dolen Achso, ich könnte ja hier mal die Trackeln und da draufstecken Hei Dolen Hei Dolen Hei Willst du's verpassen? 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 Hehehe 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 Was ist jetzt bald? Was ist jetzt bald? Was ist jetzt bald? Hehehe Hehehe So, jetzt aber Kann er in das... Oho, ich kann das Feuer an und ausmachen An, ich kann an, aus An, aus, an, aus, an, okay Hehehe 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 Gleich Gleich Gleich, wenn ich die aufnahme Ja, geh, geh Nein, er hat seinen Hut nicht fallen gemacht Ich wollte einen Aquariumhut Hehehe Unten ist viel leckerer Hehehe Hehehe Lol, es ist grün Es ist gröööön GY falar T建囪 Türkiye Das ist ein Dämonenauge Grööööön Yehs Perfekck ist leuth So ooo Dann kann ich die auch nochmal richtig beenden Geht Die läuft immer noch ja die läuft immer noch Ich habe ja gesagt, ich beende die erst, nachdem ich diesen Hut habe. Aber den habe ich nicht bekommen. Jetzt habe ich das Algo weggeschmackt. Jetzt beende ich die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.